In über 70 Staaten der Welt werden Homosexualität und Transsexualität strafrechtlich verfolgt. In einigen Ländern sogar mit der Todesstrafe. In Berlin ist die Zahl der homo- und transfeindlichen Straftaten im letzten Jahr gestiegen. Stimmen gegen gleiche Rechte für Schwule, Lesben, Bisexuelle, Transsexuelle, Trans- und intergeschlechtliche Menschen werden lauter. Auch in Deutschland. Darauf machen wir am Internationalen Tag gegen Homo- und Transfeindlichkeit aufmerksam. Wir wehren uns gemeinsam dagegen. Jeder Mensch muss die eigene sexuelle Orientierung, die eigene geschlechtliche Identität leben und zeigen können. Zwei Männer oder zwei Frauen müssen Hand in Hand durch die Straßen gehen können, ohne belästigt, beleidigt oder angegriffen zu werden. Es kommt auf jeden und jede Einzelne an. Heterosexuelle, Schwule, Lesbische, Bis, Trans- und intersexuelle Menschen. Wir sind vielfältig und doch alle gleich. Wir sind Menschen mit einer Menschenwürde und gleichen Rechten. Nein zu Belästigung, Beschimpfung und Diskriminierung. Nein zu homo- und transfeindlicher Gewalt.